deswegen dürfte das eigentlich kein großes problem sein allerdings von meiner der ein bisschen weniger hp hat ist das vielleicht doch etwas härter ich möchte jetzt einfach oben lang gehen weil oben ist es nicht ganz so heftig jetzt dass ich erstmal alles hier rum kommen na komm her komm her wer noch wer will noch mal wer hat noch nicht wir wollten unten lang glaub ich zumindest ja wir wollten unten lang weil ich das gefühl hatte dass wir da unten nichts verpassen oder viel verpassen könnten wie zum beispiel ein euro der war auch schnell der war aber ganz schnell hier und ganz ehrlich das bildchen das dürfte jetzt kein großes problem mehr sein weil das hat überhaupt nichts drauf gehabt mal sehen was hat es denn hier geld so viel geld ja komm ran komm ran du auf freundchen ihr seid alle relativ schnell versorgt mit schwere tippen boah haha so schnell dass es schneller gar nicht gehen durfte und schon ist hier fast alles erlegt ich habe dich gesehen mein freund ich habe dich ganz genau gesehen mich kriegst du nicht no jumping ach du heilige sei es dir wieder raten mitte ähm da lang da lang verdammt da hat sich das mit dem nicht springen schon mal erledigt Es war aber ganz knapp, wir hätten es fast geschafft. Ist aber nicht schlimm, so eine Fairy Chest. Alter, Hilfe! Oh, also die Hitbox von den Viechern scheint doch etwas größer zu sein. Um einiges größer. Naja, was auch immer. Lady Antoinette II. ist eine Assassine, die etwas stärker zuhauen kann. Dann haben wir noch Lady Theresa III. eine Erzmagierin, die Angst vor Hühnchen hat. Nein! Und dann Sir Johnny, der etwas stereoblind ist und nicht so wirklich mit Zaubersprüchen umgehen kann. Da würde ich doch schon fast sagen, wir nehmen Lady Antoinette II., denn die kann einfach nur ein bisschen stärker zuschlagen. Wir haben jetzt irgendwie nicht ganz so viel Geld mitgenommen vom letzten Mal, aber das soll nicht unser Problem sein. Auf keinen Fall, denn wir haben hier wieder ein neues Schloss und da hoffe ich doch, dass wir da ein bisschen was rausreißen können. Ach du Heilige! Ach du Heilige! Also das Schloss, das scheint mir ja echt interessant zu sein, wenn es schon so anfängt. So, tot! T-O-H-T, tot! Ganz schnell T-O-H-T! T-O-H-T, tot! T-O-H-T, tot! Ganz nette Viecher! Ich mag nicht! Ich will nicht! Einmal darum, einmal darum und noch einmal darum, einfach weil es da einen weiteren Zugang gibt und mehrere weitere Zugänge. Was natürlich sehr für uns von Vorteil sein könnte. So ist es allerdings nicht so von Vorteil. Und das istol! Freundchen! Nichts da, hier wird nicht wehgetan! Du seltsame Nase... Du! Du nasenlose Nase! Nasenlose Nase! Nasen haben Nasen Haben Nasen Nasen mit Nasen auf Nasen Nasig Ich will gar nicht wissen, wie viel Nasenspray die brauchen Wenn es dann tatsächlich So weit geht, dass diese Nasen auf den Nasen Dann verstopft sind Vor allem, wenn alle Nasen dann Verstopft sind Ach du Heilige So viele Nasen Vor allem, ich stelle mir das gerade tatsächlich bildlich vor Warum rede ich jetzt über Nasen? Wahrscheinlich, weil unser Charakter hier keine Nase hat Oder ein Gesicht Oder überhaupt irgendwas in der Okay, wir waren nie hier Wir waren nie dort unten Nein, das ist Das ist einfach Nie passiert Da will ich auf keinen Fall hin Nein, 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 nein Super, hier gäbe es für Zwerge eine Abkürzung Wir wollen einfach da rüber Ja, das sieht mir sehr angenehm aus Na komm her Bilder zerschmettern Ist vielleicht ein schönes Hobby Hallo, ich bin Lady Antonetti Zweite Und ich zerschmetter gerne Bilder Bäm Schön euch kennenzulernen Zerschmettert ihr auch gerne Bilder? Bäm Los, stirb Stirb, du fieses Bild Stirb So, das sind dann mal alle lebendigen Bilder Tote gibt es hier keine Oioioioioioi Hier geht es aber ordentlich zur Sache Musste ganz schön schnell Ach du Hier gibt es nichts Hier gibt es nichts zu sehen Hier gibt es nichts zu riechen Ja, nur riechen Wäre sowieso ein bisschen schwierig Ich stelle mir das gerade vor Ein Videospiel riechen Gibt es bestimmt auch die Möglichkeit Dass man dann so Geruchssensoren Oder so Ist das tatsächlich denn die Möglichkeit Eine Heilquelle Das können wir doch gerade sehr gut brauchen Gut, da wir unten nicht sehr viel weiter kommen Müssen wir uns jetzt wieder da hochkraxeln Einmal höp Und nochmal höp Und dann gucken Was uns da oben erwartet Mal in die Richtung Schauen Ah Müsst ihr denn Ausgerechnet So viel Schaden machen Ist das denn nötig? Ist Tut das denn nötig? Ach Gott, oh Gott, oh Gott Sterbt Einrichtungsgegenstände Sterbt Ob lebendig oder nicht Was soll das denn jetzt? Willst du mich denn hier verarschen? Wupp Na also geht doch Warum denn? Nicht gleich so Nein 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 Wir sind gestorbst Von einem korrupten Ritter Sehr korrupt Vielleicht hätten wir ihn bestechen können Dann hätten wir unsere Ruhe gehabt Na ja Auf zum nächsten tapferen Krieger Sir Taco Also ich weiß nicht Dann hätten wir hier noch Lady Henryetta die zweite Sie ist ein Lisch Und hat OCD In dem Spiel sehr praktisch Und ist stereoblind Dann hoffen wir Dass wir einfach keine Viecher Von vorne sehen können Ähm Dann Sir Jarvan Der zweite Der auch ein Erzmagier ist IBS hat Ich glaub Wir nehmen Lady Henryetta die zweite Sie ist ein Lisch Sie kann Hat was drauf Und wir haben ordentlich Kohle gescheffelt Heilige Scheiße Ist das geil Ähm Ich möchte dann hier mal So ein bisschen was Einkaufen gehen Bitte Und zwar möchte ich gerne Ein besseres Obwohl nein Möchte ich das Die Brustplatte ist auch nicht so Der Bringer Gut wir gehen nochmal zurück Ich möchte dann doch lieber Hier irgendwo was upgraden Ähm 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 Ich möchte gerne nochmal Meine Herzlichkeit etwas upgraden Das ist nämlich alles sehr herzlich Und dann können wir ja immer noch So ein Schwert oder so Mit Vampirismus kaufen Wir müssen es ja nicht ausrüsten Aber wir können es ja zumindest kaufen Wer weiß Vielleicht haben wir dann irgendwann Einen richtig tollen Vampirbild Den wir hier machen können Es wäre schon cool Aber wir werden es sehen Wenn es dann soweit ist Also erstmal hier so ein bisschen Geld farmen Wir können ja auch noch ein bisschen MP farmen Während wir hier alles kaputt Aufschlagen Ach du heilige Das fängt ja schon mal super an Stirb Stirb Sagte ich Und du auch Sterbt alle Sehe hier schon Was sich hier anbahnt Es scheint mir Nicht zu Moment Aber wir Kriegen wir tatsächlich Für jeden gekillten Gegner Extra HP Das gefällt mir Die Klasse gefällt mir Sogar sehr Warum habe ich das nicht früher gewusst Warum sagt mir sowas niemand Warum muss ich mir hier alles erarbeiten Wir können hier HP Farmen wie ein Irrer Das ist geil Das ist so genial Das ist so genial Okay Ich liebe diese Wunderschöne Klasse Jetzt schon Ein Licht Der mit fast nichts Anfängt Und dann Mit Ziemlich viel Aufhört Eigentlich ideal Um Einen Boss zu legen Wenn wir mal Die Möglichkeit haben Es sei denn Wir kriegen natürlich Keine HP zusammen Das wäre natürlich Dann nicht so Der Bringer Aber Das müssen wir rausfinden Ob das hier was wird Mit den HP Oh Gott Oh Gott Jetzt wird es kompliziert Hier Aber das kann uns ja Egal sein Ha Ich habe das endlich Mit dem Runterschlagen Gerafft Ich weiß jetzt endlich Wie es funktioniert Na komm her Komm her So Du stirbst Jetzt auch Alles stirbt Hier alles Tot machen Juhu Mann Also die Klasse Hier gefällt mir Jetzt echt Chris mit jedem Kaputten Gegner Chris du extra HP Wir sind schon Bei 151 HP Ist das nicht Wunder Bärchen Ach du Heilige Hundekacke Bitte lass da oben Eine Keule Keule drin sein Ach verdammt Na gut Dann gehen wir woanders Lang Dann gehen wir da drüben lang Und hoffen aufs Berch Du heilige Wir haben ja bis noch 18 HP Bitte 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 Tod Okay Wir wissen schon mal Lichts sind super Um Bosse zu plätten Allerdings sollte man auch Dementsprechend spielen Als nächstes haben wir Sir Useless Naja nicht ganz so nutzlos Weil Macht ein paar Stinkbomben Auf dem Weg zu Keine Ahnung wohin Und ist eine Assassine Dann haben wir hier noch Sir Calp den dritten Ein Paladin Der glatzköpfig Und Ach du heiliger Ist demenz Das heißt wir sehen Gegner Die wir eigentlich nicht sehen Und dann Lady Stephanie die zweite Eine Assassine Die ein bisschen sehr stark zu Fuß ist Ich glaube ich nehme mal Spaß in Cyber Sir Useless Weil so Useless Scheint der mir nicht zu sein Dann werde ich mal ein bisschen An den MP schrauben Einfach weil ich es kann Und weil wir sonst Alle unser Geld Abgenommen kriegen Und das muss ja auch nicht sein Also Einmal Los geht's Eine Assassine Assassine Hört sich schon mal gut an Kann nämlich ordentlich Was an Schaden auszeilen Eine Hühnchenkeule Direkt zu Anfang Und dann auch noch Zwei davon Also das ist nur echt Ein bisschen Dämlich gelegen Möchte ich schon sagen Was wir hier für eine Reach Haben Meine Güte Wow Freund Na auf jeden Fall Machen wir hier Ordentlichen Gedämpf Das ist doch schon mal etwas Bloß wenn uns das auch was helfen würde Das wäre cool Wenn das dann unsere Gegner vergiften Oh Gott Das wäre so cool Ich bin Da Ich bin Ich bin